In unserem Zukunftsprogramm stellen wir nicht einzelne Produkte, sondern Sie mit Ihren Zielen und Wünschen in den Mittelpunkt. Wir stärken Sie rund um die zentralen Themen Ihrer Finanz- und Lebensplanung, damit Sie für die Zukunft gut aufgestellt sind. Im Zukunftsprogramm sind alle wichtigen Bausteine Ihrer privaten Finanzen zusammengefasst, inklusive dem Thema Nachhaltigkeit im Feld Engagieren und Bewahren. Ist es vollständig befüllt, haben Sie an alles gedacht. Fehlen hingegen einzelne Bausteine, haben Sie noch Versorgungslücken im nachhaltigen Zukunftsprogramm. Wie weit ist Ihre persönliche Übersicht schon gefüllt? Und welche Bausteine fehlen Ihnen noch? Ihren individuellen Stand haben wir für Sie im Login-Bereich des PSD-Online-Bankings, in der PSD-Banking-App und bei unseren Beratern hinterlegt. Unser Sprachassistent unterstützt Sie zusätzlich beim eigenständigen Erkunden des Zukunftsprogramms. In der dynamischen Empfehlungsliste haben wir außerdem persönlich für Sie die Bausteine zum Erreichen des nächsten Status zusammengestellt. Diese werden in der Applikation für Sie hervorgehoben. Ihr Zukunftsprogramm hat noch Lücken? Vielleicht haben Sie diesen Bereich ja bei einer anderen Bank abgedeckt? Dann können Sie das in der App selbst vermerken. So erhalten Sie ein anbieterübergreifendes Finanzcheck-Ergebnis. Ein Bedarfscheck in den einzelnen Finanzthemen hilft Ihnen, mit nur wenigen Klicks Versorgungslücken festzustellen und die für Sie relevanten Lösungen zu erkennen. Zu all unseren Produkten können Sie genauere Details kurz und informativ anhand der Bildstrecken und mit dem Sprachassistenten erhalten. Sie können die fehlenden Produktlösungen in Ihrem Merkzettel hinzufügen und an uns senden. Wir lassen Ihnen dann nähere Informationen zu den ausgewählten Themen zukommen. Um sich Bausteine sofort zu sichern, können Sie viele unserer Produkte auch direkt und bequem online abschließen. Je mehr Sie das Zukunftsprogramm über uns füllen, desto besser ist Ihr Status und desto höher ist Ihr Kontobonus. Wenn Sie wünschen, spenden wir Ihren Bonus alternativ gerne für einen gemeinnützigen Zweck in Ihrer Region. Zusätzlich pflanzen wir Bäume als Dankeschön für Ihre Treue. Ihre bessere Versorgung über die PSD-Bank lohnt sich von nun an also besonders für Sie. Vervollständigen Sie Ihr Zukunftsprogramm jetzt. Bei uns im PSD-Online-Banking, in der PSD-Banking-App und bei unseren Beratern.